Hallo Werder Bremen-Fan! Nach dem Transferstund mit Nabi Keter fragen sich die Fans des SV Werder Bremen, welche namhaften Neuzugänge an die Weser wechseln. Unterdessen senkt Sportdirektor Frank Baumann die Transfer-Erwartungen. Lassen Sie uns das alles jetzt verstehen. Aber nutzen Sie zunächst die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren und über alle Neuigkeiten zu Werder Bremen auf dem Laufenden zu bleiben. Selten hat ein vom SV Werder Bremen verpflichteter Spieler so viel Aufregung und Begeisterung ausgelöst wie der von Nabi Keter. Manche Fans trauen ihrem Klub mittlerweile alles auf dem Transfermarkt zu, fast jeder ablösefreie Star wird in den einschlägigen Internetforn als möglicher Neuzugang gehandelt. Werder Sportdirektor Frank Baumann freut sich über diese Euphorie, senkt aber gleichzeitig die Erwartungen. So ein Transfer ist die absolute Ausnahme. Da hat wirklich alles gestimmt, betont Baumann im Interview mit der Deichstube und fragt. Ja, wir haben die Messlatte bei Nabi Keter sehr hoch gelegt, aber das sollte bei der Bewertung möglicher Neuerungen keine Rolle spielen, Debutanten. Das wäre diesen Spielern gegenüber nicht fair. Denn Werder Bremen sucht nicht nur nach Stars mit Karriereflaute bei europäischen Spitzenklubs, sondern auch andernorts. Der Stürmer wechselt ablösefrei vom Zweigligisten Fortuna Düsseldorf zu Weser. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg erhält Werder mehr TV-Gelder, 4 Millionen Euro und größere Sponsoreneinnahmen, neuer Ausrüster, neuer Hauptsponsor. Das finanzielle Korsett ist aber immer noch enger als bei den meisten anderen Klubs der Bundesliga. Denn sollte ein Spieler nicht bis zum 30. Juni verkauft werden, besteht weiterhin die Gefahr eines negativen Ergebnisses im laufenden Geschäftsjahr. Und Werder Bremen hat auch Schulden in Höhe von rund 37 Millionen Euro, Kredite, Anleihen. Der Verein ist weiterhin voll funktionsfähig. Deshalb sind bei Werder Bremen Sturm, Kovnacki und Mittelfeld, Keita, im Einsatz. Wo weitere Verstärkungen geplant sind, will Baumann nicht verraten. Es ist jedoch bekannt, dass sie auf der Suche nach einem offensiven Linksverteidiger sind. Auch die Grün-Weißen suchen das Abwärtszentrum. Allerdings hängt dies auch davon ab, wer den Verein verlässt. Da kann viel passieren. Spannend werden die nächsten Tage für Marvin Dux und Mitchell Weiser, beide mit Ausschlussklausel und dürften ohne Probleme handeln. Wenn sich die richtigen Interessenten melden. Bisher gibt es keine heiße Spur. Das war's heute. Wir sehen uns im nächsten Video.